Guten Tag, meine Damen und Herren. Ihr habt mich gefragt, was meine Meinung zu diesem neuen CSGO-Update ist. Zuerst schauen wir uns einfach mal alles an und danach sage ich dann, was ich so darüber denke. Und vergesst den heutigen Livestream nicht. Ab 18 Uhr wird gehustelt auf Twitch. Also eigentlich jetzt. Ich glaube, das Video kommt um 18 Uhr online. Der Link steht in der Videobeschreibung ganz oben. Der Twitch-Link. Kommt dran. Ja, also man sieht ja bereits jetzt schon, was sich so verändert hat rein optisch im Hauptmenü. Was einem natürlich direkt ins Auge fällt, ist der Hans Wurst hier, der den Skin in der Hand hält, den man gerade ausgerüstet hat. Ganz nett. Hier sind die Update-News, also diese News, die früher auch immer hier standen. Hier unten sind weitere News. Hier ganz unten hat man direkt eine Verlinkung zum Store. Kann hier irgendeinen Chumbubble kaufen. Das war ja früher immer oben rechts in der Ecke bei den News. Es lief immer ungefähr hier rum. Ja, es wurde alles versetzt und verlegt. Hier rechts haben wir jetzt das, was früher links war. Also euren XP-Fortschritt hier, euren Rank und so weiter und so fort. Hier sind die Freunde und so Kram. Auf der linken Seite kommt man durch das Klicken hier oben drauf immer wieder in dieses Dashboard. Also wenn ich jetzt gerade in den Settings bin, kann ich hier wieder ins Dashboard rein. Wenn man auf Play drückt, kann man dann hier eben die Spielmodi auswählen. Arms Race Demolition und so weiter, Competitive Casual, Pipapo. Hier oben kann man auch auswählen, ob man offizielles Matchmaking spielen will oder eben mit Bots und so weiter. Das Inventory hat sich auch stark verändert. Also man sieht jetzt hier natürlich trotzdem nach wie vor sortiert die Skins. Man kann die auch so wie früher einstellen, wie man sie sehen möchte. Wenn man sich die Skins hier drin anschaut, kann man bei den Knives komplett herumdrehen, was sehr geil ist auf jeden Fall. Aber bei den normalen Waffen geht das irgendwie nicht. Vielleicht bin ich auch zu blöd dafür, aber ich kriege es nicht hin. Das wundert mich doch sehr, dass man das hier nicht machen kann, weil ja, viele Waffen haben eben auch auf der Rückseite was Spezielles. Und man kann hier jetzt halt nicht drehen. Wobei es früher ja auch so war, ne? Die Waffen haben sich ja von alleine immer so hin und her gedreht, aber nie weiter über einen gewissen Winkel. Und die Messer haben sich ganz gedreht. Ich, vielleicht wollten sie das einfach beibehalten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie sind, werden die Handschuhe gezeigt? So wie früher. Okay. Irgendwie größer, ne? Also weil das davor in so einem kleinen Fensterchen war. Jetzt ist es richtig groß auf dem Fullscreen. Wahnsinn. So weit, so gut. Man kann ja auch nach Items suchen, so wie es eben auch früher der Fall war. Man kann sich sein Loadout anschauen. Das hat sich auch minimal verändert. Man kann jetzt halt, wenn man was anklickt, hier rechts die Sachen aussuchen, die man reinmachen will. In einem etwas überschaubaren Menü. Davor war das ja so nur eine Zeile, die man durchzoomen musste. Und jetzt kann man hier eben richtig so mit der Hand durchgehen und sieht halt immer einige auf einmal. Schon nicht schlecht. Dann haben wir hier natürlich wieder diese Tournament-Geschichte, die eigentlich genau gleich geblieben ist. Also optisch hat es sich halt ein bisschen verändert, aber an sich ist hier der Jumble ähnlich. Das war das letzte Fjord-Game, wo wir so auf die Fresse bekommen haben. Gottes Willen. Wir hatten einen Global dabei und irgendwie der Rest war DMG und LE. Und dann haben wir gegen Fast Only Globals und Supremes gespielt. Ja, die Overwatch sind nach hier links gewandert. Welcome to Overwatch. Hier wird halt erklärt, wie man das macht. Und hier unten kann man dann direkt einen Fall runterladen. Der wird dann hier unten auch direkt visuell geladen. Sehr schön gemacht. Und hier kommen die Einstellungen. Der Ladebildschirm hat sich jetzt, naja, auch etwas verändert. Hat sich angepasst oder wurde angepasst. Es erinnert so ein bisschen an Schiffe versenken hier, die Map. Auch das hier wurde verändert. Man kann jetzt eben visuell ein 3D-Model wählen, das auch direkt die Waffe in der Hand hat. Ich gehe jetzt hier mal einfach zu den Tees. Die Anzeige der Rechts ist dunkler geworden, oder? Sonst aber gleich geblieben. Es sieht alles irgendwie so ein bisschen anders aus. Das gesamte Overlay, auch hier die Info-Nachricht, ist eine andere. Das Zuschauen ist eigentlich ähnlich wie das alte auch. Da oben, die Anzeige ist ein bisschen abgespeckt. So, jetzt plant ich mal. Mal gucken. Okay, also die Nachricht ist halt auch eben eine andere, ne? Wenn man auf Tab drückt, oh, wird hier ziemlich krass verwaschen. Das ist jetzt irgendwie nicht so edel. Man sieht halt nicht so gut dadurch. Es geht zwar schon, aber das war dann früher irgendwie besser. Klar, wer hat Tab schon offen in dem richtigen Spiel, in der Situation, wo man vielleicht besser was sehen sollte. Nichtsdestotrotz hat es mir irgendwie besser gefallen, als man halt geiler sehen konnte. Dafür ist aber die Escape-Ansicht komplett durchschaubar. Das ist ziemlich cool. Es wirkt alles so ein bisschen intuitiver. Das Spiel ist einfach richtig offen und ist nicht so zugelegt. Man kommt jetzt hier direkt an die Freunde ran, wobei es eben über das Steam-Overlay genauso schnell ging. Also das war davor auch möglich. Das ist jetzt nicht zwingend irgendwie geiler oder so. Aber an sich gefällt es mir so besser. Also, dass man jetzt hier das Spiel einfach sieht. Klar, wenn man dann die Menüs aufmacht, ist es wiederum überlegt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Vote sucht oder sowas. Ja, warte mal, ich gehe mal wieder raus. Hallo, Monsieur. Wenn man hier eine Vote sucht, dann kannst du halt das Spiel noch sehen. Und ja. Auch das Kaufmenü sieht anders aus. Man sieht direkt die Skins. War das früher auch so? Weiß ich gar nicht. Es ist halt alles ein bisschen angepasst, verändert und so weiter. Da unten geht man raus. Okay, alles klar. Wie er sich umdreht. Hey, Dale. Wie sieht es aus, wenn man so ein Kistchen aufmacht? Oh. Gut, die Kiste fällt. Sind die Schlüssel günstiger geworden? Komm, jetzt machen wir mal so ein Kistchen auf. Oh, der Schlüssel wird richtig benutzt. Aha, okay. Ja, auch dieses Öffnungsmenü sieht anders aus. Irgendwie, man ist tiefer drin in der Geschichte. Es gibt aber nach wie vor nur Scheiße. Es ist schon nicht schlecht, dass der gesamte Bildschirm verwendet wird. Beim Öffnen und auch hier beim Anzeigen. Und nicht nur diese kleine Anzeige, wie sie früher mal der Fall war. Das war halt noch so ein Überbleibsel von der Zeit, wo man natürlich nicht damit gerechnet hat, dass die Skins so explodieren. Das sollte eigentlich was sein, was so nebenbei so ein bisschen mitläuft. Aber ja. Und jetzt nimmt es den ganzen Bildschirm ein. Ich verstehe schon. Ah, jetzt steht ja sogar ein New dabei. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Fangen wir mit dem Positiven an. Es sieht schick aus. Ja, also es ist alles ein bisschen schicker geworden. Es wirkt irgendwie intuitiver. Meistens sagt man dann nach so einem großen Update, dass visuell einiges verändert. Oh, ist es irgendwie schwieriger, die Sachen zu finden. Aber es kommt einem zumindest genauso leicht vor, wie eben auch früher hier irgendwas zu finden, was man eben braucht. Auch die Änderungen in-Game finde ich jetzt nicht schlecht. Es ist auf keinen Fall schlechter geworden, sondern wenn, dann eher besser. Dass man die Skins jetzt so groß anschauen kann, finde ich auch nicht schlecht. Dass man die selbst so ein bisschen rumdrehen kann, ist eine coole Sache. Gerade wenn ich dann irgendwie live ein Giveaway mache oder sowas. Da musste ich immer warten, bis der Skin sich in die richtige Position gedreht hat. Und ich dann kurz raustappe, damit er so stehen bleibt. Jetzt kann ich mir den selbst so hinmachen, wie ich will. Ist schon keine schlechte Sache. Wobei das dann auch wiederum eher für die Creator, für die Content Creator ist. Also für Videomenschen und Streammenschen. Und vielleicht für den Rest jetzt gar nicht so wichtig ist. So weit so gut. Das war jetzt auch der positive Teil. Negativen Teil gibt es an sich nicht. Also nicht zu diesem Update. Das Update war gut. Ich wüsste jetzt nicht, was hier dran schlecht war. An und für sich, ähm, es ist jetzt, es ist eine große Änderung gewesen. Viele freuen sich da sicherlich auch drüber. Aber es sieht jetzt halt nur anders aus. Die ganzen Problematiken, die es sonst gab, wurden ja nicht behoben. Es ist ähnlich wie ein Skin-Update mit neuen Skins. Alle freuen sich so ein bisschen, oh, es gibt neue Skins, die man sich angucken kann. Aber sonst bleibt es ja gleich. Bei einem großen Update habe ich mit deutlich besseren, also in meiner Hinsicht, besseren Dingen gerechnet. Mit, äh, Content und hin und her. Und nicht nur damit, dass jetzt alles anders aussieht. Weil das ist wirklich, ähm, keine große Problematik. Also du kannst dir einen Scheißhaufen auch einfach mal Gold anmalen. Und dann ist er halt Gold. Aber innen drin ist er immer noch, ne? Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Counter-Strike ein Scheißhaufen ist. Auf keinen Fall. Aber ihr wisst, denke ich, worauf ich hinaus will. Die Sachen, die sich sehr stark von der Community gewünscht werden, ähm, ähm... Also entweder habe ich sie verpasst. Vielleicht wurden sie alle verbessert und ich finde sie nicht. Oder ist es halt doch einfach nur wieder eine kosmetische Sache gewesen? Ein kosmetisches Update, so wie eben auch Skin-Updates kosmetische Updates sind. Die nichts bringen. Die dem Spiel keinen Mehrwert bringen, sondern eben nur, dass es anders aussieht. Also zusammengefasst, das Update ist wirklich eine nette Sache. So wie auch jedes Skin-Update eine nette Sache ist, weil es neue Skins gibt. Huhu. Aber das war's auch. Also ich hätte mir statt diesem Ding hier tausendmal lieber eine Operation gewünscht oder was ähnliches. Aber immerhin hat es scheinbar auch gedrängt, dieses Update. Also es war, glaube ich, vor so zwei Jahren, dass es bekannt gemacht wurde, dass sie das bringen wollen. Möglichst bald. Und ja, dann sind zwei Jahre vergangen und jetzt ist es da. Ich freue mich natürlich auf eure Meinung diesbezüglich. Also was ihr von diesem Update haltet. Ich hoffe, wir sehen uns jetzt gleich im Livestream. Ich streame, wie gesagt, von 18 Uhr bis 20.30 Uhr oder sowas. Also ich denke, es ist noch Zeit. Auch wenn ihr erst jetzt kommt. Wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung. Vielen Dank für die ganzen Daumen nach oben und die riesige Kommentarflut bei den letzten Videos. Ihr seid halt krasser Maßler. Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.